Es gibt hunderte verschiedene Online-Businesses, wie zum Beispiel Dropshipping, Affiliate-Marketing, einen Online-Kurs und viele mehr. Viele Leute versuchen es. Alleine in Deutschland gibt es über 120.000 Online-Jobs. Doch 90% aller Leute scheitern beim Aufbau eines Businesses. Wenn ihr den Weg von jemandem sehen wollt, der nicht scheitert, abonniert gerne meinen Kanal. Schreibt auch gerne in die Kommentare, was euer Lieblingsgeschäftsmodell ist.